Herzlich willkommen, du Hunt-Fan da draußen. Ja, schön, dass du zu einer neuen Runde Hunt eingeschalten hast. Wir spielen mal wieder. Im Trio, oder? Ja, Trio ist irgendwie so... Da verkackt man es nicht so. Also, ja, doch schon. Also, ich. Aber es ist irgendwie so... Ja, komm, wir nehmen sie mal. Ja, aber man ist so irgendwie... Denken jetzt mal dran an die guten alten Gesundheitsknotzen. Ja, sag ich mal dazu, ne? So das Bekannte. Baseballschläger können wir mal mitnehmen. Messer raus. Dafür nehmen wir hier den Schlagring mit. Sowieso ist irgendwie mal Standard. Kommen die Wurfexte. Sehen ganz cool aus. Nehmen wir mal Wurfexte wieder mit. Fernglas nicht. Spy-Class. Was nimmt man mit? Ach, komm, wir nehmen... Oder nehmen wir... Ja, komm, wir nehmen die Feuer... Also, Leuchtpistole mit. Äh, warte mal hier. Äh, Vitality Shot. Ne, ich will... Äh, da. Regeneration Shot. Und... Äh, da. Äh, da. Äh, und ne... Stacheldrahtbombe. Oder ne... Konzern... Konzern-Tina-Bomb. Konzern-Tina-Bomb. Okay. Ja, ist ganz cool. Ist ganz cool. Find partners. Come on, find partners. Seid ihr dabei? Geht ihr mit mir? Natürlich nicht. Der eine wird wahrscheinlich rausgehen. Äh, er sieht schon so... Gewollt aus, rauszugehen. Komm, tu mir den Gefallen. Geh raus, mein Guter. Geh raus. Jawohl, er ist mit dabei. Wow. Heute mal wieder eine etwas kürzere Runde, weil ich jetzt nicht mehr so viel Zeit habe. Aber nochmal dachte, komm, ich knall mir die Runde nochmal rein zwischen die Backen und probier. Also, ich schenke hier gerade ein. Also, keine Angst, dass ich gerade auf mein Handy gucke oder sonst was, weil ich gerade mir ein bisschen zu trinken einschenke. Also, es ist auch kein Bier. Ah, dafür ist die... Der Schaum zu schnell weg. Äh, nicht, dass ihr jetzt denkt, hier, während ich aufnehme, sauf ich. Obwohl, es wäre auch mal ganz lustig. Aber das ist ja verboten. Das darf ich nicht. Das möchte ich auch nicht. Ich will ja keinen zum Trinken verleiten oder sonst irgendwas. Hm. Ja, was, was, was... Äh, wollte ich jetzt noch sagen. Genau die Runde. Und zwar wird es diesmal eine kurze Runde oder kurze Folge. Es kommt ja auch auf uns drauf an. Also, ich will heute nur Cut eine Runde machen. Egal, wie lange es dauert. Ihr soll, wie gesagt, jeden Staff von mir sehen, außer wenn ich mal offscreen ein bisschen spiele mit euch zusammen, weil oft spiele ich mit euch zusammen. Au, außer natürlich, ihr habt auch Bock, mit mir aufzunehmen. Äh, darunter muss ich sagen, äh, weil ich jetzt auch schon vereinzelt von Minderjährigen Anfragen gekriegt habe. Ihr seid mir nicht böse. Nur wenn ihr Minderjährig seid, ich kann mit euch nicht aufnehmen. Ich darf es nicht. Es ist gesetzlich verboten, äh, mit euch aufzunehmen. Ähm, ja, deswegen habt dafür Verständnis, dass ihr halt nicht, oder dass ich euch nicht alle in die Aufnahme mit reinpacken kann. Deswegen habe ich so meine, ja, so meine, ich sag jetzt mal Dudes, meine, meine, meine bestimmten, mit denen es eigentlich ziemlich gut läuft mit dem Aufnehmen. Äh, ja, deswegen seid mir da nicht böse. Ich habe auch meine Regeln, an die muss ich mich auch halten. Deswegen habt da Verständnis wie immer dafür. So, ja, äh, ich will jetzt eine kurze Runde aufnehmen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es wird eine etwas längere Runde. Was heißt länger? Also, ich hoffe, wir rocken hier auf Spider und der, oh, wie heißt er? Äh, wie heißt er, wie heißt er, wie heißt er? Moment, ich hab's ja hier. Äh, Scrap, Scrap. Irgendwas mit Scrap, Scrap, Scrap. Scrap, äh... Scrapbeak. Äh, Scrapbeak. Scrapbeak, genau. Scrapbeak. Scrapbeak. Äh, ja. Ich wusste, Scrap, Scrap, Scrap. Irgendwas mit Scrap, Scrapbeak. Komm her! Ich schlag dir den Kopf mit dem Baseballschläger ein. Hast du geschossen? Ah, scheint so, ne? Er hat eine Pistole in der Hand, ne? Ja, ja, die Spider und Scrap. Oh, was? Ah, wir sind schon direkt da. Okay, okay, okay. Geil. Äh, ja, dann direkt. Na, geh mal direkt hin. Ah, wie schnell das geht, hä? Äh, ich muss jetzt mal wirklich kurz hier mal kurz ausmachen. Sonst tut mir wirklich leid. Aber es ist für mich halt bedeutend angenehmer. Es ist wirklich immer angenehmer. Ja, was? Wo? Oh. 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 Oh, come on. Untertitelung. BR 2018 Okay Die sind auf jeden Fall da Die sind auf jeden Fall 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 Das ist halt niemand hier Was war habt ihr vor Oh Das Kumpel 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 machst du das jetzt das halt immer doof wenn man halt mit keinem wenn man hat mit keinem reden kann war der immo ist aggro immerhin mal lang aber bisher sieht es halt echt gut aus ja ach will er jetzt ein doppel bounty oder was okay wenn es schön macht alles klar der will den doppelbauen die hast du das jetzt also unserem unser teammate wird ein bisschen gierig der will alles okay 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 fucking ernst man ich habe den baseball schläger rausgeholt schade 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 ja super man 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 ja unser teammate wollte zu viel der wollte in doppelbauen die hätten wir so genommen wären einfach rausgegangen wäre viel besser gewesen man 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 ja schade doppelbauen die wäre besser gewesen glaube ich halt wirklich bedeuten besser und schöner gewesen man 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 wer wollte es einfach okay 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 ja das kriegen wir auch noch alles irgendwann mal hin hier deal damage und anime honda using okay aber wir hatten wenigstens eingekillt ne einen hatten wir wenigstens also oh war okay die runde war okay war okay wir sind langsam besseres gewöhnt ne hm dann gucke ich mal kurz oh Fallschirm finde ich halt ich mag halt irgendwie dieses äh diesen Fallschirm diesen diesen Kitzke hin finde ich irgendwie mal ganz cool ne oder Kite oder Kite 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 ist ja egal äh ja finde ich irgendwie mal ganz cool ja komm dann dann nehmen wir den mal noch mit äh dann bereiten wir uns den noch ein bisschen vor mit euch zusammen wieder mhm komm Wurfmesser die mach ich mal raus äh nehmen wir die mal mit äh äh komm dann nehmen wir mal Dynamit mit dann hier äh nehmen wir mal das mit äh das und wie immer unsere Vitalitätsspritze oder Regeneration eher so rum ja und dann würde ich sagen haben wir hier oh Moment eine kürzere Folge die leider nicht zu unseren Gunsten kam wir hätten wirklich ein Banish nehmen sollen und direkt raus aber naja der eine wurde dann halt ein bisschen gierig ne was sonst ja ich hatte aber glaube ich einen Hit ich hatte einen Hitmarker ne also ich habe ihn getroffen gehabt den also so hat es sich für mich angehört ihr könnt es ja nochmal selbst ich kann kann ich mir das eigentlich nochmal angucken last match hier äh teamdetails aber gut das sehe ich nicht teamdetails das sehe ich nur okay das war ein zweier team alles klar und das war ein einzelner das war ja der ganz am Anfang das war dann der am Ende ja da haben wir uns von dem Sniper killen lassen äh total kills to kill assist wo habe ich den Moment ja okay der hat gekillt aber okay alles klar ach aber wahrscheinlich ach ja wahrscheinlich davor noch ne okay dann würde ich hier sagen sehen wir uns in der nächsten Folge bis dahin macht's gut